Ich bin diese Strecke im Spiel schon tausendmal gefahren. Lass sie mich auf meine Weise fahren. Hör zu, mein Sohn. Denkst du, wenn man in einem dämlichen Videogame Autos fährt, wird man später einmal Rennfahrer? Du hast einfach nicht das Zeug dazu. Du könntest zu Hause bleiben sollen, wo du hingehörst. Die anderen Fahrer sind Profis. Das funktioniert. Du hast Angst, hier fehlt dem Erzahler. Es ist keine Schande, nach Hause zu gehen. Ich wollte schon immer nur Rennfahrer werden. Ich zieh das durch, ob du an dich glaubst oder nicht. Ihr zehn seid die besten Grand Tourismo-Spieler auf der Welt. Das ist eure Chance, euch im Profi-Rennsport zu beweisen. Das ist kein Videospiel. Das ist die Realität. Kriegst du im Spiel dafür extra Punkte? Solche Fehler können dich dein Leben kosten. Ich weiß, was ich tue. Ich habe keine Angst. Ich bin diese Strecke im Spiel schon tausendmal gefahren. Lass sie mich auf meine Weise fahren. Das war gerade ziemlich gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Profi-Liga. Die anderen Fahrer, deine Boxen-Crew, alle werden dich hassen. Mit einem Joystick geht's leichter, oder? Ich seh nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube an dich, Jan. Du musst der ganzen Welt beweisen, dass du hier hingehörst. Ich weiß, dass du Angst hast. Aber ob's dir gefällt oder nicht, du bist mitten im Rennen. Komm schon, kämpfe! Ja, Sir. Wenn ich verliere, dann verliere ich mehr als nur ein Rennen. Ich gebe nicht auf. Zeigen wir's der Welt.